Endlich geht es los mit den ersten von den beiden DLCs, welche für Pokémon Schwert und Schild rauskommen sollen, und zwar die Insel der Rüstung. Angefangen damit, dass wir eine Person wiedersehen, mit welcher wir schon vor einer Weile Bekanntschaft gemacht haben und gegen welche wir nun auch kämpfen dürfen. Daraufhin können wir die große neue Insel erkunden und finden viele neue Pokémon, die sich fürs Fangen perfekt anbieten. Lasst mir auf jeden Fall ein Like dafür, euren schnellen Frühsupport und ein Abo und viel Spaß im Video. Du hast den Rüstungspass erhalten. Zeige ihnen dem Personal am Raspberry Bahnhof, um zur Rüstungsinsel zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer, auf dem du seltene Pokémon fangen und zusammen mit deinem Pokémon T wachsen und stärker werden kannst. Die Rüstungsinsel. Und damit meine Freunde, herzlich willkommen! Oh ja, du hast einen Rüstungspass erhalten, bevor ich jetzt dazu komme. Das Item wurde in meiner Basis-Item-Tasche verstaut. Ein Pass, mit dem du zur Rüstungsinsel gelangst. Zeige ihnen dem Personal am Raspberry Bahnhof, wie gerade eben schon in der Introduction. Gerade von der Post gekommen, ich habe es gerade klingeln gehört und schon bin ich losgerannt. Herzlich willkommen zu einem neuen Part Let's Play Pokémon Schwert hier auf meinem Kanal. Ist schon wieder ein paar Monate her, als ich das letzte Mal gesagt habe. Aber nun, am 17.06.2020 ist der erste von den beiden DLCs, und zwar der Rüstungs-DLC, rausgekommen. Der andere sollte sich irgendwann im November oder so in diesem Jahr, es ging wirklich zur Winterzeit erst, wieder einschalten. Es ist noch ein halbes Jahr bis dahin circa Zeit. Und wir haben bis dato dieses DLC, sowie noch ein paar andere Spieler auf Lager. Also das auf jeden Fall, aber der, wenn ihr sowohl hier in Pokémon als auch in anderen Nintendo-Spielen nichts verpassen wollt. Ich bin sehr froh, die Musik wieder zu hören, auch wenn ich mir ab und zu mal privat war, mit einem Freund mal pro Pokémon getradet habe, um die Pokédex zu vollständigen, weil der ja im Zukunft auch mal ein bisschen was noch geplant ist, in Form von Streams. Einige wissen das auch schon, andere werden das noch sehen. Aber nun geht es mit dem DLC los. Ich habe einige haben mich schon gefragt, ob ich mir diesen DLC holen soll. Und ich war immer so unschlüssig, aber eigentlich, also unschlüssig war, ist unklar. Ich war eigentlich schon recht klar, dass ich es mir holen werde. War aber zu faul und habe auch ganz vergessen, dass es heute ist. Also bin ich heute sofort in Rewe gerannt, habe mir ein paar Karten geholt und habe das DLC jetzt nachkaufen können. Denn erst am 18. kann man bei Nintendo hier mit Paper bezahlen. Weiß doch, dass es am 18. ist. Aber, nee, das doch. So, auf jeden Fall, ähm, sind wir wieder hier zurück. Wir werden uns nun nach Raspberry begeben, denn es gibt nichts zu verlieren. Ich habe meine Pokémon, sind die eigentlich alle fit? Oder ist er noch? Ach nee, warte mal, stimmt. Oh Gott, die ist nicht fit, ganz genau. Weil, ich habe nämlich, ähm, vorbereitet, mal ein bisschen die shiny Hand zu üben. Und, das Lichtliche, warte mal kann man eigentlich, äh, das habe ich mir vorgehabt als shiny Hand in meinem Stream später. Aber ich glaube, ich kann, doch, man kann natürlich in die virtuellen Boxen eintauchen, was ja ziemlich entspannt hier ist. Aber das habe ich doch zu wenig genutzt, das Feature. Kenne ich auch aus anderen Pokémon-Versionen gar nicht. Aber wir haben immer noch unsere Haupt-Pokémon hier. Welche unserer Team wieder rein wollen. Angefangen, weil da mal ja genau mit unserem lieben Platschi, welches den Inferno-Pod austauscht. Dann gibt es unter Endhinken auf Level 72 sehe ich gerade. Das ist auch schon sehr hoch gelevelt. Dann unser Kramo-Mobil noch mit rein. Und natürlich unsere gesamten anderen Pokémon noch. Ich habe eigentlich vorgehabt, dazu komme ich bitte nochmal, eventuell mehr neue Pokémon zu fangen, um die vielleicht sogar ins Team zu packen. Einfach, um einen neuen Anfang zu haben mit dem Team. Doch, ich weiß halt einfach nicht, ob die Pokémon, okay, das ist aber besiegt hier. Ich weiß halt einfach nicht, sind eigentlich alle besiegt hier. Nee, nur Zashian, Zashian, Zashian hieß es glaube ich. Haben wir auch recht spät erst bekommen. Und alle anderen sind auch angefragt. Dann halten wir die auch immer direkt in Brass-Pubble. Aber das werde ich rausschneiden, oder wenn wir dann nicht gekommen sind, machen. Ich habe vorgehabt, für mich ein paar zu fangen, um die mein Team reinzupacken als Neuanfang. Doch ich würde sagen, alles andere klären wir gleich. Wir sehen uns in Brass-Pubble, um direkt durchzustarten. Ach ja, die Stadt unserer Anfänge mehr oder weniger. Wir lebten ja hier in ganz einer Nähe an einem kleinen Dorf und haben diese Stadt mitsamt des Pokémon-Labors, Sanya, wie sie hieß, der Pokémon-Professor, alles kennengelernt hier größtenteils. Hier wurden wir schon vor eine Weile darauf beauftragt, uns ein besonderes Fleckmann zu holen, welches wohl von der Rüstungsinsel entkommen ist. Wir werden nun offiziell wahrscheinlich mehrere von ihnen sehen. Wir werden hier auch als Cem angesprochen. Das cool ist, dass ich zu meinen Anfang-Ständen zurückgekommen bin, extra um meine Pokémon, die mich auch im Kampf gegen Leon oder wie er hieß. Ich habe schon ganz vergessen, das ist schon wieder zu lange her. Gekämpft haben, ebenfalls mitzunehmen hier. Der Pokémon scheint vom Pokéros befallen zu sein. Über den Pokéros ist es doch wenig bekannt, außer dass es ein Mikroorganismus ist. Der Pokémon befällt. Was zum Teufel? Sind deine Pokémon infiziert, wachsen sie besonders gut. Bitte bewehre uns bald wieder. Wieder. Was? Hä? Ich wurde von dem Virus befallen. Das ist aber nicht schlecht, oder? Ich habe schon mal was gehört. Aber welches Pokémon? Alle? Aber vor allem, wo haben sie sich das eingefangen? Das sind meine Pokémon alle noch. Die hat... Hä? Okay, warte mal ganz kurz. In welchem Bericht kann man das sehen, dass meine Pokémon ist so Pokéros befallen? Wegen starker Freude vielleicht, weil die mich so lieben? Ist ja irgendwo ein besonderes Symbol zu entdecken. Wir fangen mal ganz oben an und gucken mal ganz kurz. Kann man noch irgendwie eine separate Info rausholen? Ja, hier. Guck mal, hier ist nämlich diese Medaille zu sehen. Kein Band hier. Da bin ich auch schon angefreundet mit... Besitztemperament. Hast Niederlagen, okay. Kann Treffer gut verkraften. Ist hinterhältig. Was? Macht oft Unordnung. Das ist eine coole Beschreibung hier. Macht oft Unordnung. Genauso wie er. Wir haben halt so zwei... Zwei... Zwei Schweine hier im Team. Besitztemperament. Mhm. Aber auch hier kann man es nicht sehen, okay. Aber es sind mal all meine Pokémon von Pokéros befallen. Leute, wisst ihr da auch mehr von... Wisst ihr da auch von Bescheid? Also ich dachte immer, dass Pokéros ist zu sehen, wenn da so ein pinkes Symbol irgendwie oben zu sehen war. Weil das kann mir bekannt sein. Das ist nicht das erste Mal der Fall. Aber wieso haben meine Pokémon das erhalten? Und vor allem, wie erhalten sie das? Ist das irgendwie ein neues Feature? Und wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, ob das Glück oder so ist. Aber es wächst besonders gut. Sprich, es sollte bessere Erfahrungspunkte erhalten. Ein Virus, der anscheinend gut zu sein scheint. Gibt es auch eher selten. Den man auch noch Virus bezeichnen kann. Hier waren wir von der Weile erst. Da vorne sehe ich gerade schon... Ne, doch nicht. Ich sehe auf jeden Fall einen Entzug, der dort steht. Aber ich dachte gerade, da sehe ich eine junge, alterte Dame in... Ja, so recht niedernem Haargewand. Äh, Haargewand. Aber leider. Ich würde es gerade ein bisschen schöner ausdrücken. War das ein Schild? Wir waren vor einer Weile erst hier. Konnten mit ein paar Leuten reden, die schon auf die Insel losgehen konnten. Wir haben aber unser Ticket erst jetzt erhalten. War halt keine Expresslieferung. Da war ja so ein paar Komplikationen. Deswegen Corona auch alles ein bisschen verzögert. Doch nun kann es losgehen. Das Flaggmann haben wir uns schon gefangen. Doch noch nicht im Team. Gehen wir rein und machen uns auf die Reise. Und es gibt nichts anderes zu erledigen mehr. Wir sollen ja mit dem guten Herrn hier reden. Denn er ist, glaube ich, dafür zuständig, um uns loszuschicken. Gerade eben haben wir zumindest den Hinweis erhalten dazu. Hier stand ja noch eine Frau. Die ist aber dann schon durchgezogen. Wir können das gleich machen. Aber ich will erst mal mit ihm reden. White Hill, das kommt mir euch mal bekannt vor. White Hill. Okay, dann kann man noch was lesen hier. Nein, wenn es heute nicht so gibt, begeben wir uns auf zur Pokémon-Insel der Rüstung. Oder wie das heißt. Na du, du hast doch einen Rüstungspass. Hast du? Okay, wir haben schon mal mit ihm geredet. Aber das ist schon eine Weile her. Ich weiß auch nicht, ob ich das noch in dem Video gemacht habe. Oder ob das in einem Livestream vorkam oder sogar ganz privat. Keine Ahnung. Auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass hier mal ein Flaggmann ausgebrochen ist. Und man das hier fallen konnte. Sollte die Überbrückung, bis der Rüstungspass dann freigeschaltet wurde. Nun ist es endlich soweit. Und ja, wir haben unseren Rüstungspass nun endlich auch erhalten. Mit dem Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Wo soll es hingehen? Zum Rüstungsstadium. Okay, ein Stadion sogar. Oha, Alter, was geht hier los? Zum Rüstungsstadium. Das DC kostet 30 Euro. Für beide Teile also ca. 15 Euro, weil es ja noch einen zweiten DC im November geben wird. Man muss jetzt noch zu einem anderen Ort fliegen, um jetzt auf einen abgesandten Ort zu kommen. Und zwar die Rüstungsinsel. Sehr interessant. Sehr weit, sehr in der Nähe von Spikefort. Doch konnte man das nicht auf der Karte erkennen. Ich muss auch ein Update herunterladen, nachdem ich das DC gekauft hatte. Aber für 30 Euro könnt ihr euch exklusive Inhalte hier gönnen. Und ich hoffe, ihr seid dem Preis gerecht. Der Flughafen... Flughafen sagt... Ja, der Flughafen, weil ich gerade das fliegende Pokémon gesehen habe. Ist ja in der Flughafen. Kommt mir bekannt vor von Brassberry. Mal gucken, was hier noch so abgehen wird. Hey, Duda. Du siehst mir so aus, als sei, dass dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel stimmt. Ja. Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal kurz deinen Pokédex. Oha. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon darin registrieren kannst. Dann nimm mal entgegen. Dein Pokédex wurde aktualisiert und somit wurden weitere Pokémon hinzugefügt. Dein Pokédex wurde nun der Rüstungs-Pokédex. Ach so, das ist ein separater Pokédex. Oha. Okay, das ist aber krass. Dann sollten es einige Pokémon sein. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen. Und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Vielleicht bekommen wir hier auch nochmal einen gewissen Pin. Wenn wir ihr die vollen Pokédex geben. Hier sieht man auf jeden Fall ein anderes Zeichen. Dafür, dass wir hier mit einem Kram auffliegen können. Okay, mit ihm können wir auch schon direkt reden hier. Mit diesen Casual-Typen hier. Eigentlich bin ich hier, um dem Dojo dieser Insel beizutreten. Aber da treibt sich so eine seltsame Person vor dem Stadion herum. Okay. Und wer? Diese Frau, die wir kennen. Eventuell. Das ist ja wirklich die Frau, oder? Lula, ist sie ja. Oha. Oh, da bist du ja. Pünktlich auf die Minute, genau. Nicht schlecht für dein Alter. Hm, du, sag mal. Kennen wir uns von irgendwoher? Ich glaube, ich kenne dich. Ach, ist ja auch egal. Aber ich kenne ihren Namen noch nicht. Ich dachte, sie haben uns ihren Namen schon mal gesagt. Ich bin auf jeden Fall die Sephora. Ich bin auf jeden Fall der Colin, Leute. Wisst ihr doch? Ich bin auf jeden Fall die Sephora. Äh, da ich schon länger dabei bin, als du, kannst du mich gerne als deine Mentorin ansehen. Wovon redest du? Hier muss eine Verwechslung vorlegen. Okay, wovon redest du? Also echt? Du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst. Das Master Dojo? Okay, ich glaube, ich werde jetzt schon wieder etwas involviert. Was soll das? Macht sich dieses Früchtchen, der hat mir nicht lustig. Hier habe ich. Die in allen Punkten perfekte, zuckersüße Sephora. Okay, die mit dem ersten Punkt und mit dem zweiten Punkt liegst du schon richtig. Okay, kämpfen wir doch erstmal, um zu sehen, auf welchem Stand du bist. Gott! Ich warte draußen auf dich alles klärchen. Komm einfach raus, wenn du bereit bist. Machen wir. Mein Ziel kenne ich in- und auswendig. Dann werde ich's, den werde ich's zeigen. Aber so richtig. Oha. Also wir kennen sie schon. Wie gesagt, sie war ebenfalls am Bahnhof, wo der eine Typ gerade stand. Nicht der Bahnhof hier, sondern der andere Bahnhof der Westbury. Da war sie ebenfalls schon zu sehen und da ist die Frau keine Ahnung, ein paar Monaten schon abgereist. Also da hat sie auf jeden Fall schon um einiges mehr Erfahrung. Als wir. Doch wir haben unseren Pass noch nicht erhalten gehabt und konnten ihn auch nicht von ihr erwerben. Wir gucken das noch ganz aus hier nach. Willkommen, Cem. Willst du was kaufen? Okay, cool, dass wir jetzt als Champion hier rein können, denn ich glaube, man kann in TTC auch spielen, ohne das Spiel abgeschlossen zu haben. Die Hauptquest. Aber da sind wir schon fertig. Wir können was kaufen, brauchen wir nicht. Aber ich finde es gut, wie sie mich alle mit Cem ansprechen. Super, super geile Sache. Meine Pokémon-Aufstellung sollte perfekt sein. Die meisten Pokémon lieben mich. Platschi, Endington, Kramor läuft gut. Ich hoffe, ihre Pokémon sind nicht zu viel schwächer als wir. Und dann ihren Skill antrainiert. Legen wir nun mit dem neuen DLC los. Das sind die Flagmons, die man sehen konnte. Die besonderen, gefärbten Flagmons. Raids gibt es hier auch wieder. Und ein geiles Dojo. Okay, perfekt. So, Sephora. Was ist los? Du siehst so aus, als wärst du zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Ja, aber sowas von. Die juckt es bestimmt in den Fingern, dich hier gründlich umzusehen, was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du so drauf hast. Also die Mentoren im Master-Dojo. Okay. Wie die jetzt auch mal guckt, so WTF, werde ich mir jetzt ansehen, was du drauf hast. Mach dich auf was gefasst. Let's go. Wie ist die Musik so? Ich bin mal gespannt. So. Pokémon Trainer, Sephora fordert dich heraus. Ein richtiger Mentoren, die sind nicht abzunehmen, x in der Hand. Okay. Das ist ja noch ein Pokémon. Lull oder warte mal. Okay, wenn die Pokémon viel schwächer sind, also hier werde ich mir ein neues Team hier holen. Das kommt jetzt ganz gerne darauf an, wie stark die Pokémon hier sind, die wir kämpfen werden. Also das ist bloß ein kleines Kräftemessen. Also werde ich dich nur ganz, oder was heißt das, was heißt das gerade gesagt? Nur ganz sachte heraus, aber ihre Pokémon ist trotzdem sehr stark. Auch wenn sie nur zwei benutzt. Ich habe mir gegen einen Toxik gespielt, aber ich glaube, dass das Eis geht stark gegen Käfer-Pokémon. Kann ich mir gut vorstellen zumindest. Also Eisstrahl, let's go. Aber ich weiß ja nicht, wie Gift das gegenkommeln kann und ob das doch schwach war. Ne, ist ja normal effektiv, aber ist es trotzdem so stark. Also Bruder, hier ist das Level einfach zu krank, weil wir auch die After-Storyline gespielt haben. Wir erhalten ja auch ganz viele Erfahrungspunkte. Also keine Ahnung, ich werde mir mal ein paar Trainerkämpfe angucken. Und wenn die alle zu stark sind, werde ich auf jeden Fall mir andere Pokémon holen und antrainieren. Da macht es ein bisschen mehr Spaß auch. So, als nächstes kommt Fleckmond, da wechseln wir direkt rüber zu uns. Oder Fleckmond ist normal. Da sollten wir mit unserem Sternensturm rankommen. Eigentlich dumm. Haben noch irgendeine andere Kampfattacke, die wir nehmen kommen? Ja, Sanktuchlinge halt, aber beide sind sehr stark. Ja, nehmen wir... Ja, komm, Sascha, mit dem muss ich auch ein bisschen spielen, um ihn auch zu verstärken. Da können wir auch die ultimativen Flex raushauen, dass wir die After-Quest-Line gespielt haben, um Sascha erhalten zu können. Let's go, Puli, das legendäre Pokémon aus unserer Edition. Wie jetzt? Du hast mich in die Ecke gedrängt? Das geht aber gar nicht. Aber nach einem Pokémon, das ist ja wohl auch klar. Das ist ja bei mir genau das Gleiche. Let's go, Fleckmond. Ich habe mich schon gefangen. Durch Kühle Schild erhalten wir nochmal einen Angriffsboost, allein durch unsere Fähigkeit, die immer greift. Und das war doch nicht sehr effektiv. Aber dafür haben wir Glück gehabt und... Ja, okay, Fleckmond ist anscheinend Unlicht zum Teil auch und das Kampf anscheinend nicht mehr so stark, aber ich dachte, dass es normal war. Aber anscheinend hat es durch diese besondere Färbung hier an dem Kopfbereich irgendeinen Zweitypen erhalten oder einen Typenwechsel erhalten, weshalb Kampf nicht mehr gut gegen normal ist. Also gehen wir mit Knoschereien, was durch Glück aber stark hier ist. Und zwar ist es Gift gewesen oder Unlicht war das hier genau. Und dann kann es kein Unlicht sein. Dann ist es vielleicht Gift oder sowas. Ein Gift ist vielleicht nicht so Unlicht effektiv. Ich habe keine Ahnung, ich gebe mich mit dem Typen nach wie vor nicht aus. Da muss noch einige Editionen gespielt werden, aber wie schon erwähnt, das war jetzt wirklich überhaupt kein Problem, gegen sie zu gewinnen. Okay. Pass auf, mein nächstes giftiges Pokémon... Nein, ich habe ja gar nichts mehr. Oh, okay, sie spielt Gift-Pokémon. Das kann man auch erkennen. Okay, das... Gift gekauft, was ich mir auch geholt habe oder zumindest holen wollte, was genau diese Form halt hat. So, wir erhalten auf jeden Fall 7200 Poké-Dollar oder wie die es sich ja nennen. Hätten wir das doch schon mal abgeschlossen. Let's go. Was? Momentchen, stopp, stopp, stopp. Ist das gerade wirklich passiert? Oh, der ist ganz schön heftig drauf. Ich bin der Champ. Wenn so ein starker Trainer dem Dojo beitritt, dann sinkt mein Stern am Trainerhimmel. Okay, ich muss ihn unbedingt loswerden, aber ich habe den Auftrag, ihn abzuholen. What the hell, Alter? Und wir sind wieder so schwerhörig. Und hören sie dann nicht. Dachte, wir hätten auf einen besseren Fuß aufeinandertreffen können. Dir ist schon klar, dass ich mich absichtlich zurückgehalten habe, oder? Ach ja, du machst dich ganz gut als Trainer. Es ist nur so, unser Dojo kann schon auf eine ziemlich lange Geschichte zurückblicken. Selbst Champ Delion, der Unschlagbare, hat in diesem Dojo trainiert. Oha, du hast ja gar nichts gesagt. Oder, das habe ich mich vergessen, irgendwann mal. Doch, für jemanden auf deinem Niveau, naja, das könnte etwas zu viel für dich werden. Verstehst du? Ich habe gerade gewonnen mit beiden Pokémon. Ich bitte dich. So, ich habe nicht gelesen, außer sehen. Um unser Dojo da hinten machst und nach einer kleinen Sightseeing-Tour wieder brav nach Hause fährst. Keine Ahnung, was ich habe gerade einfach... Ich dachte, dass man nur A drücken muss. Ich bin gerade auszusehen, gegen den L-Knopf gekommen. Und dann hat es halt losgeskippt schon. Ich gebe dir auch das hier. Äh, bin ich nicht lieb? Das war halt der von ihr. Du erhältst eine Style-Karte. Keine normale Karte, erhältst du eine Style-Karte, Leute. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl. Ach, oh lol, okay. Damit steht dir in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl auf dem Okay. Ich verstehe, was das ist. Ja gut, dann... Mach's gut, auf den Immerwiedersehen. Warum? Also, sie wollen mich, glaube ich, irgendwie fehlweisen. Ich habe aber keine Ahnung, was hier genau passieren soll. Auf jeden Fall sind wir angekommen auf der Insel. Welche... Angekündigt wurde das Ganze schon vor einem halben Jahr? Mindestens. Und nun können wir diese Map endlich erkunden. Und wow, endlich können wir mal ein bisschen das Meer... ...und den Strand erkunden. Und davor ist Weimar, oh mein Gott! Er ist in der Größe sowas von gerecht. Viele haben es ja aufgeregt, dass Weimar in Kämpfen... ...und aber bei Dynamics Battles übelst klein war. Aber hier... Lul! Okay, das ist ja wirklich fett. Und dann ist doch was anderes zu sehen. Auf dieser Insel da. Da kann man auch von ganz weit hinten... ...einen Raid erkennen. Also, man kann auf jeden Fall ins Wasser rein. Das war aber auch klar. Unsere Berat auf jeden Fall. Gut, erkunden wir die Map. Erkunden wir die Artenvielfalt-Flagman haben wir schon. Ich glaube, ich habe selbst nicht ein Pokémon hier schon gefangen. Also, selber gefangen nicht. Aber ich habe halt durch Hilfe von anderen Leuten... ...auf jeden Fall, ähm... ...mein Pokémon jetzt vollständigen können. Natürlich wurde der erweitert. Deswegen muss ich auch jedes Mal reingucken, ob wir den Kicken da schon haben. Und flüchten dann einfach durch unsere starken Pokémon. Sollte das überhaupt kein Problem darstellen. Aber so erfährt man vielleicht mitzuspielen wäre nicht schlecht. Ja, Kinella haben wir schon genau. Aber die Pokémon sind auf einem sehr, sehr, sehr guten Level. Also, wenn das Level 60 hier ist, dann können wir auf jeden Fall mit unseren Pokémon... ...können wir unsere Pokémon einwachsen. Und Leute, ich würde euch auf jeden Fall sagen... Wie wollt ihr es haben? Sollte ich mit meinem Alpe-Werten-Team weiterkämpfen? Was ich, ähm... ...durch mein Spiel gebracht habe? Und soll ich es jetzt hier betragen? Oder soll ich mir extra ein mehr oder weniger neues Team machen für die nächsten Parts? Würde mal in die Kommentare schreiben. Dann würde ich nämlich überlegen, was weiß ich, ähm... ...Kramor, Zepa, Rocky rauszunehmen. Intinken, was mir treu geblieben. Platsch ist mein Anfangspokémon gewesen. Und eventuell ist Sascha... ...würde ich auch... Ich würde sagen, ich mache die vier raus. Und mache Sascha in eine Notfallsituation rein. Vielleicht als legendäres Pokémon. Und die beiden würde ich einfach behalten, weil mir die beiden sehr gefallen. Und dann würde ich mir drei oder vier neue Pokémon holen. Überleg mir, was ich haben wollte. Lieber neue Pokémon für die Insel. Oder wollt ihr mit beiden in diesem Team bleiben, die es momentan steht? Schreibt es mal rein. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einen Hinweis geben könnt. Aber so war ein Pummel-Luft. Was ja auch extrem süß, wenn es einem gegenfliegt. Was man, glaube ich, auch nicht fangen konnte normalerweise. Also dieses kleine Hasen-Pokémon sind auch neu. Und was machen wir zuallererst? Wenn wir natürlich in eine neue Map kommen. Wir fangen. So, ein Pokémon... Ja, genau. Das Pummel-Luft ist ebenfalls... ...ääh... ...ist auf jeden Fall... ...Level 60. Und somit ein sehr hohes Level. Ich hoffe, wir wonneten Pokémon noch nicht. Aber ich glaube, das ist wirklich einfach. Durch unseren... Und wenn wir noch die weiße Ball übrigens. Okay, das ist ja interessant. Wie viele Bälle haben wir? Ich glaube, ich habe die nicht mehr aufkaufen lassen. Aber wir haben immer noch einige. Durch das hohe Level müssen wir aufpassen. Wir haben zwar eine neue Level... Oh, das war wirklich ein Crit-Ball. Ich wollte gerade sagen, wir haben einen Pin erhalten, wo durch Crit-Zo eine höhere Wahrscheinlichkeit erfolgreich sind. Und deswegen lassen sich Pokémon viel einfacher fangen. Das gleiche haben wir jetzt hier mit Pummel-Luft eben erledigen können. Super. Nun ist durch diesen Fang auch Rocky um ein Level angestiegen. Und wir halten noch mal einige Erfahrungspunkte. Sowohl Punkte für unsere ganzen Stats. Obendrauf. Pummel-Luft kommt mir nicht bekannt vor. Ich muss natürlich jetzt gucken, was habe ich von meinem Freund schon geschenkt bekommen. Und was ist neu? Durch das Update mit der... Ich weiß, das kann man... Das ist glaube ich, so ein Grades-Update. Und zwar warten viele neue Pokémon hinzugefügt. Es sind wahrscheinlich exklusiv Pokémon. Deswegen gibt es auch ein Rüstungs-Pokédex für diese Insel. Das hat das einige Pokémon, die wir schon kennen, nur hier zu finden sind. Jedoch gibt es eben auch generell eine Pokédex-Erweiterung um 200 Pokémon Plus, glaube ich. Allein dafür, dass die DLCs rausgekommen sind. Was ich ziemlich cool finde. Wodurch viel mehr Leute jetzt... Wodurch viele neue Pokémon, die sich vielleicht einige gewünscht haben, dass die wieder reinkommen, drinnen sind. Ich weiß aber nicht ganz genau, wann das offiziell reinkommt. Oder ob das jetzt heute reinkam, das Update mit diesen neuen Pokédex-Einträgen. Mit diesen ganz, ganz vielen neuen. Oder ob das schon längst draußen ist und ich habe es nur nicht gescheckt. Schreibt es mir mal gerne mal in die Kommentare. Sein Lungenvolumen übersteigt das der meisten anderen Pokémon. Es singt so lange Schlaflieder, bis seine Gegner eingenickt sind. Heißt, es kann sehr, sehr lange in einem Stück reden, ohne Luft zu atmen zwischendurch. Kann man ja von mir auch schon ausgehen. Ich glaube, ich könnte ihm pro Mio für auf jeden Fall Konkurrenz machen. Aber ich muss schon zwischendurch atmen und nicht wie es durchziehen. Aber das ist... Oh, die Saar ist so lieb. Schau mal, wie süß. Oh, Chaneira. Oh, Chaneira ist, glaube ich, auch neu, oder? Und das sieht ja mal ultraläglich aus, das Haspiror. Aber wenn der schon über 60 ist. Das sieht mal aus, als würde man den Wittlung bekommen. Dann müsste das ja auf einem sehr hohen Level sein. So, Platsch, hier wartet auf deine Anweisungen. So muss das. Alles, was man hat an einem Level 60 Limit gecappt. Wir können mal ein bisschen rumproberen, aber ich habe leider auch nicht mehr so viele Superbälle gehabt, oder? Ja, wir haben viele von den Specialbällen immer noch übrig gehabt. Aber wir haben noch einige von hinten. Komm, kriegen wir einfach rein. Alter, was ist hier los, Alter? Okay, jetzt kriegen wir gerade übel krass rein. Auch hier kommt es ganz selten mal vor, dass es Pokémon ausbricht bei einem Crit, aber dadurch, dass eben dein Ball nur noch einmal wackeln muss und nicht dreimal, aber ist die Wahrscheinlichkeit einfach um 60% gestiegen? Dass du schaffst, oder nicht? Dass du den Wurf hinbekommst, wenn es ein Drittel schneller ist. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall um 60% gestiegen dadurch. So, also, Haspiro, wenn ich jetzt nicht total mathematisch bescheuert bin. Sind seine beiden Ohren aufgerollt, deutet das darauf hin, dass es ihm körperlich oder psychisch nicht gut geht und es Zuwendung braucht. Oh, okay, das ist ja eine interessante Information, aber voll... Es ist süß, aber auch irgendwie traurig zugleich. Aber es gefällt mir auch mehr, wenn das eine Ohr unten ist. Das Schnee hat Angst vor uns, oder? Oh nein, ich muss keine Angst vor mir zu haben, wie es wegrennt vor uns. Ein schichertes Pokémon, aber das ist auch klar. Ein Schneehrer, ein starkes Pokémon in Pokémon Go oder ein sehr seltenes Pokémon in Pokémon Go. Oh, ich weiß es noch, als ich das Spiel das erste Mal gespielt hatte, dass dem so sei. Aber ich weiß, alle Level 60, das bleibt aber eins so treu. Ich kann halt einfach nicht riskieren, eins anzugreifen, das ist es halt. So, jetzt haben wir wieder einen normalen Wurf. Aber man sieht doch, die Kritz sind einfach nur ein Schneiderlagerer Wurf. Und ich sehe gerade, kaum haben wir gar keinen Krit, kommt der hier übel an. Risikoattacke, macht nicht viel Schaden gegen uns. Er bekommt nur ein ganz, ganz leichter Rückschlussschaden, okay. Also, keine Ahnung, macht Risikoattacke so viel Schaden, je nachdem, wie viel Schaden es an mir macht. Vielleicht kann man nicht vorstellen, dass es eine Attacke ist, um wenn ich Rückschlussschaden mache, normalerweise. So, ich hätte auch vielleicht auch mal angreifen mit einem schwächeren Pokémon, das sollten die sich wehren gegen mich. Aber vielleicht geht ja mit Superbend auch schon klar. Na, 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 Hai-Opfer kann es einsetzen, aber es ist fehlgeschlagen. Gut, ein Charin in der Schneere ist ja auch, dass es halt weniger Attacken einsetzt, die wirklich rechten Schaden machen. Aber, ja, komm, versuchen wir es einfach mal, mit einem normalen Pokémon. Unsere Chance war auf jeden Fall erhöht, Kritz zu landen in Zukunft. Ja, aber auch da, natürlich, ist immer häufig die Taktik so, dass wenn du halt einen normalen Pokémon was bringen kannst, man kann ja mal was nehmen hier, leider Gottes, der Eistrahlt könnte es eventuell überleben, wenn es halt nicht effektiv gegen ist. Aber, neun Level darüber, ist es halt ein Tank-Pokémon, eigentlich sollte es nicht überleben. Wäre schon sicherlich, wenn es jetzt stirbt. Ja, doch, okay, das hält viel mehr aus, okay. Dann können wir ja sogar, eventuell sogar mit einem Präzisionsschuss versuchen, einen Hill zu landen. Das sollte ihn auf keinen Fall holen, das macht nämlich gleich viel Schaden. Und weißt du, normal ist, sollte es auch nicht effektiv dagegen sein. Ja, aber macht halt schon mehr Schaden, genau. Weil es ein Volltreffer war, okay, verstehe. Genau, äh, nein, rechnet es jetzt weg. Oder was heißt das? Ah, ne, es heißt, was hat es getan? Okay, es hat anscheinend eine Attacke, das Weichei heißt drauf. Und ich wollte ihm die KP wieder aufgepfrischt, okay. Ja, also wenn ich das so sehe, Schanera ist, wie gesagt, ein Tank. Sehr stark, genauso wie wir Heizhera in Pokémon Go. Eins der selten ist Pokémon, eins der ersten, die ich jemals gespielt habe auf Pokémon Go. Äh, wo ich dann schon, wo wir einen Schanera bekommen konnten. Als ob das jetzt immer, als ob, alter. Okay, das wird um einiges heftig, ich würde sagen. Ich schneide euch jetzt mal ein bisschen zurecht, bis wir es geschafft haben, dieses Schanera. Ich sage jetzt mal, fangenbereit zu machen. Okay, wir scheinen in einem Punkt angekommen zu sein, wo wir, ähm, das Schanera jetzt fangen können, eventuell. Ich habe immerhin kein Weichei mal eingesetzt. Das ist wahrscheinlich auch ein Special Move von mir, mit diesem Ei, was sie da drin hat. Sie ist ihr Kind, sie ist ihr Kind eventuell, oder, ob sie die Kraft von ihrem Kind, oh ja, moin. Ich will es halt nicht auf Rot bekommen, weil ich dann eventuell es nicht schaffe gegen ist, aber ich denke mal, selbst in diesem gelben Bereich sollte es schon geschwächt sein. Und dann kann ich nicht mehr zum Einschlafen erzwingen, aber sie ist zum Ende mit ihr Kind oder sowas in der Art. Jetzt kommt ein Critz, okay, das haben wir es auf jeden Fall jetzt geschafft. Das ist ja total lächerlich, wenn es jetzt rauskommt, ich rasse so aus. Okay, perfekt. Hätte der Critz natürlich auch schon vorher kommen können, aber na gut, dann haben wir es eben ein bisschen noch attackieren müssen, um es zu erhalten. Dann haben wir uns so bleiben, sie ist ihr Kind, also, oh ja, fangen wir es auch krass. Sehr schön, äh, um Energie und Leben zurückzubekommen, das ist voll krass und dann voll übertrieben, oder? Also, natürlich kann es auch sonst ein Ei sein, aber die Attacke, wie es aussah, hat ihr Eier rauskommt und dann hat das Eis erbrochen. Lul. Okay, Schanera, danke dir, dass du jetzt endlich nachgegeben hast. Seine Eier sind äußerst nahrhaft und schmecken köstlich, weshalb sie als erlesene Kochzutage gelten. Achso, deswegen tut kein Baby züchten, sondern, oder vielleicht schon, aber es ist momentan anscheinend auch nicht im Stadium gewesen, dass ein Ei, ein Kind rauskommen kann dadurch, okay, dann immerhin etwas. Ich will jetzt noch in der letzten Woche versuchen, und zwar genau in einen der Random Encounter reinzukommen, weil meistens kommen auch noch Random Pokémon durch Random Encounter rein, das ist hier aber nicht der Fall anscheinend. So, ein normales Pummelhof ist da, gut, dann, ähm, gehe ich wieder raus. Das brauche ich nicht rauszuschneiden, ihr wisst, wie mein Pokémon jetzt play lief. Aber ich will natürlich die Pokémon auf der Insel fangen, es wird wahrscheinlich nicht so viele neue Pokémon hier geben. Aber wir können ja mal einen ganz kurzen Blick mal in den Pokédex werfen. Warum nicht? Der ist ja nicht ohne Grund da. Jetzt müssen wir ja noch einen zweiten hinzugefügt bekommen haben, neben dem, genau. Pokédex und Rüstungstex gefangen, 105, gesehen, 106, was soll das heißen? Äh, wie viele gibt es insgesamt dann, ist hier jetzt die Frage. Okay, einige. Also, wirklich die Pokémon, die durch das Update hinzugefügt wurden, also die ca. 200 Pokémon, die durch das Update hinzugefügt wurden, werden als Rüstungspokédex angesehen und werden anscheinend durch das DLC kostenlos oder pflichtig hinzugefügt. Aber ja, 207 Pokémon haben wir durch die erfolgreiche Vervollständigung des normalen Pokédexes hier oben, haben wir allerdings schon ein Viertel, äh, ein Viertel, sag ich schon, die Hälfte von Pokédex geschafft. Aber noch einiges gilt es zu fangen, Leute. Das werden wir auf jeden Fall durchführen. Aber wir haben noch ein Pokémon mehr gesehen, als gefangen. Okay, da vorne ist der Wurfels direkt schon, das ist auch niedlich. Wir werden auf jeden Fall einiges hier machen, sowie einige Bären nutzen. Ich kriege mir jetzt extra neue Bären, also, auf jeden Fall, komm, noch mal, noch einmal, zieh durch. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Dreimal ist Pflicht immer mehr. Ja, einmal noch, auf jeden Fall. Komm, bitte, lass hier Pokémon sein. Perfekt, sehr schön. Ja. Zweimal und dann mal achtmal und dann hören wir auf. Bei acht Bären gehe ich, klar, und sammeln alle auf, sonst nehmen wir nur die Hälfte wieder, wenn dein Pokémon rausfällt, muss ich sein. Du sammelst alles auf, was unter dem Baum liegt. Du hältst drei Aprikokosbärot, du hältst zwei Rospelbären, du hältst eine Aprikokogrün, du hältst zwei Amarena-Bären oder irgendwie sowas in der Art. Das ist ja interessant. Ich finde die so süß. Oh, du Schnucki. Oh, guck mal an. Der freut sich. Der freut sich, mich zu sehen. Das ist schön. Ach, schön, endlich wieder Pokémon zu spielen und entspannen, die Atmosphäre zu genießen. So muss das. Wir sehen noch das Watt hier ein. 200 Watt. Okay, das ist nicht ohne. Gucken wir uns hier um. Was haben wir hier? Ah, oh, das mag. Das finde ich auch cool, das Pokémon. Ich habe das erste Mal Pokémon X irgendwann gespielt. Daher kenne ich Klavion. Auch eigentlich teils dieses Pokémon eigentlich. Ich wollte uns gucken, wie viel Zeit wir eigentlich überhaben. Okay, drei Minuten oder zwei Minuten machen wir mal länger. Dann weiß ich schon, wie ich es machen werde. Keine Sorge. Auf jeden Fall Klavion. Ein Pokémon aus der ersten oder aus der ersten Generation, will ich jetzt nicht sagen. Aber aus der ersten Generation, zumindest aus der fünften Generation, wo ich das ja gesehen habe. Es kommt wahrscheinlich aus der anderen Generation, aber ich habe es halt nur dort erkennen können. Auch hier können wir ja riskieren, um einmal ein bisschen Schaden zu machen. Stahl und Wasser. Wasser bringt Stahl zu brosten. Eis soll, das soll aber nicht stark gegen den Stahl sein oder ansonsten. Ja, dann passiert es eben mal. Dann noch mal die Verteidigung des Pokémon an. Okay, klar. Okay, das ist gut. Aber es hat wirklich wenig Leben zu haben. Also Schmaraz da drauf, okay. Das macht, oh, das macht mehr Schaden als gedacht. Oha. Dann werde ich es noch einmal schwächen können. Eventuell, dann werde ich anfangen, es zu fangen. Wenn es jetzt nicht nochmal Schmaraz zu einsetzt. Bitte nicht. Zieh jetzt nicht durch. Das wäre einfach nur Unkür von dir. Nur mal auf Schmaraz zu geben. Okay, macht zu. Okay, das war beim letzten Mal nicht so stark und hat auch nicht diesmal nicht funktioniert. Gut. Nutzen wir es aus und werden einen Catch und einen Superball versuchen. Hier haben wir einen. Let's go. Das wäre nicht geordnet werden und neben dem Pokéball, danach kommt der Superball und dann der Superball kommen könnte. Warum nicht? Warum machen die das nicht? Das wäre viel besser gewesen. Aber Pokémon 460. Leute, schreibt es rein, ob ich ein neues Team machen soll oder nicht. Wir fangen gerade schon fleißig um einige Pokémon. Dazu können wir uns gerne mal überlegen, welche ich dann nehme. Ich werde wahrscheinlich versuchen, neue Pokémon zu nehmen. Sollten es viele neue Pokémon sein, aber ich weiß es nicht durch einen CEC. Ansonsten irgendwelche beliebteren Pokémon, die ich vielleicht auch so schon mag wie das hier. Aber ich glaube, ich werde es nicht nehmen. Stahlfee ist es also. Dieses Pokémon sammelt unaufhörlich Schlüssel. Vertraut man ihm einen besonders wichtigen an, beschützt es diesen um jeden Preis. Oh, das ist ja cool. Sie haben einen Autoschlüssel. Ist eine Autoschlüssel dran? Okay. Autos ist ganz wichtig. Einen goldenen Schlüssel. Das sieht sehr interessant aus. Dann irgendein Alten und noch einen ganz normalen Schlüssel für ein schlechtes Haus. Ich nehme an, der Hausschlüssel ist ja auch schon sehr, sehr wichtig. Das finde ich cool, die Information. Danke. Pokewächs für deinen netten Hinweis. Ich habe nur noch was anderes gerade eben gesehen. Oh, das sieht so schön aus, die Map hier. Und so, hier läuft hier draußen einfach Wuffles rum. Ganz genau. Wuffles, kommt, meines Erachtens auch Sonnenmond. Ist da im Anime und ich glaube auch so der Begleiter von diesem Professor gewesen. Ich bin mal nicht sicher, ob du gegen den Professor mal kämpfst, weil ich Sonnenmond nicht viel gespielt habe. Wie doch im Anime war es der Begleiter. Und auch hier sollte eigentlich der Präzisionsschuss nicht schlimm sein. Ich stehe ja nicht wie diese schwachen Pokémon eine soziale Stelle haben können. Haben die Wetterentwicklungen sogar. Und wo ist ja eigentlich Pokémon, ich bin gerne mal holen, bitte. Oh. Das ist anscheinend doch sehr tief gegen ihn. Ich dachte, es ist normal. Okay, alles klar. Gut, dann halten wir nochmal Erfahrungspunkte, richtig viele. Wobei, das ist geht jetzt doch klar hier noch. Dann müssen wir mal darauf hoffen, nochmal ein anderes Wuffles zu finden. Hoffentlich muss ich dieses Wuffles jetzt nicht so verarscht fühlen. Vielleicht mal habe ich schon. Da vorne ist ein Weimar. Alter, das ist halt einfach, der steht einfach nur rum. Und warum hat man auch gerade schon in der Introduction halt schon sehen können. Ein Stern, die ist einfach am Start. Okay, perfekt. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch Pokémon fangen. Würde ich sogar sagen, du bist das mit Trainerin. Nee, ist es nicht. Ähm, die macht, ach, die wir werden einfach verkaufen. Okay. Du wirst nie und nimmer glauben, was für einen, was, was für einen grandiosen Pokémon ich begegnet bin. Für 100 Watt zeige ich dir meine abgefahrene Entdeckung. Aber nur ausnahmsweise. Okay, komm. Mach mich heiß darauf. Hier, dann schauen Sie mal das wahnsinnig tolle Pokémon an, das ich entdeckt habe. Okay, was? Ach, die kann uns Pokémon-Einträge geben für 100 Watt. Okay, das ist cool. Ein Dartiri. Ah, okay. Auch das haben sich einige gewünscht zu bekommen. Aber es gibt keine Stats über dieses Pokémon. Nur, dass wir es jetzt nur gesehen haben. Okay. Sagenhaft, oder? Welche Pokémon man antreffen kann, hängt auch von der Wetterlage ab. Es lohnt sich also, jeden Tag aufs Neue loszuziehen. Danke. Und die kommt anscheinend auch nur wieder. Für 100 Watt kann man sich anscheinend bei ihr einen Pokémon-Eintrag zu holen, in Klammern. Einen weiteren Baum zu schütteln werden wir auch noch nutzen. Dann mal hier kräftig dran schütteln. Mein Bester, ganz genau. Perfekt. Nur eine Bärenüte. Das mache ich auf jeden Fall noch weiter. Ah, die werden wahrscheinlich wieder nur diese komischen Eichhörnchen-Pokémon bekommen. Okay, ich wollte eigentlich nicht beenden. Aber gut, dann nehme ich eben erst so die vier Bären mit Persinbeere, Aprikoko-Blau, Maronbeere und eine Zitatsbeere. Also diese Aprikoko-Bären, da haben wir jetzt schon drei verschiedene Farben erhalten. Die kann man noch nicht so bekannt vor. Der ist ja süß hier. Dieser kleine Kranz. Alter, das war immer meine Aufmerksamkeit wieder auf sich zurück. Ach, schöne. Da vorne ist auf jeden Fall das Dojo. Ich würde sagen, da gehen wir im nächsten Mal einfach hin. Für den ersten Part haben wir auf jeden Fall den DLC angefangen. Ich sehe hier auch noch einige neue Pokémon, wobei hier ist noch einige drin, die ich schon kenne. Ich weiß nicht, wie groß die Karte ist, aber wir können ja mal erst auf die Map drauf schauen. Warum nicht? Ähm, Karte. Wie groß ist denn der Bereich hier wirklich? Okay, wir sind gerade hier losgelaufen. Wir sind hier in dem Bereich. Hier ist das Dojo, also haben wir noch einen Turm. Und noch einen anderen Turm zu finden, sowie andere Punkte. Also noch einiges zu erkunden hier. Ja, noch einiges zu erkunden. Hier ist noch die Part der Prüfungen. Und was ist das hier? Strand der Prüfung. Also, let's go, Leute. Ich sage, wir werden auf jeden Fall im nächsten Part erfahren, was es sich mit den Prüfungen grob, was es damit auf sich hat. Ein guter erster Part, ein paar Punkten haben wir schon mitgenommen. Die Map haben wir schon größtenteils sehen können. Dieses Blatt da oben sieht ganz witzig aus wie so Haare. Wenn ihr euch gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall ein Like, wenn ihr keine weiteren Part zu diesem Let's Fair verpassen wollt. Und keine weiteren Part zu diesem DLC verpassen wollt, wo ihr es als erster erfahrt, wo ihr es dann kommt noch was zu. Bevor wir jetzt hier beenden. Dick. Dick. Dick, dick. Warte mal, ist das ein Dick da? Ich gleich weiß, was das für ein Dick da ist? Dick da! Das ist doch ein Alola-Dick da, oder nicht? Hatten nicht die Alola-Dick da irgendwie so Haare auf den Kopf und die Weiterentwicklung von denen hat dann auch Haare? Oh, Dick da, hier steckst du also. Haha, du kleiner Ausreiser. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Die haben doch normalerweise keine Haare. Dick. In den goldenen Haaren da, genau. Denke, äh, danke, denke, genau. Danke, dass du meinen Dick da gefunden hast. Äh, das ist aber ein komisches Dick da, genau. Ist das ein Alola-Dick da? Exakt. Oh, wer hätte gedacht, dass ich hier jemanden treffe, der sich mit Regionalformen auskennt? Du nix goldrichtig. Dieses Dick da stammt aus der Alola-Region, ganz genau. Das ist mir nämlich so hängen geblieben, auch wenn ich diese Edition weniger gespielt habe. Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldigen Herrchen einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich für meine Abreise so viele von ihnen gefangen, wo ich nur konnte. Aber als ich nur einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich in alle Himmelsrichtungen vergraben. Dick, Dick. Ich habe es nur meine Probleme damit, sie zu finden, wenn sie sich unter der Erde verstecken. Aber du scheinst dafür eine Spürnase zu haben. Würdest du mir einen Gefallen tun und auch nach den Dingern, äh, nach den Dingern, jawohl, nach den anderen Dickdast suchen, hätte er ehrlich gesagt nach den Dingern, das wäre so böse gewesen. Äh, natürlich, das ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen regelrecht die Worte. Wie viele sind's? Äh, du hast bisher ein, zwei der Dickdast gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 150? Falls du, äh, falls du eins von ihnen findest, schick es bitte zu mir zurück. Man kann hier 150 Dickdast finden? Überhaupt der ganzen Map oder kann man sich einfach fangen? Okay, Leute, wir haben auf jeden Fall einiges zu tun in den nächsten Ports. Wie gesagt, Like, Abo und wir werden uns im nächsten Ports nehmen ein paar neuen Pokémon, das dieses Dote da anschauen. Ciao. 이차 Krist und schick es gerade ein paar �'er fang. Bis zum nächsten Mal. Und überser Vielen Dank.